Herzlich Willkommen zu Eine Prise Bonn. Mein Name ist Klaus Felten von den Kocherateliers und Ostern steht vor der Tür und da muss natürlich ein Hefezopf her. Und viele von euch haben immer Angst vor Hefeteig. Bei dem Rezept braucht ihr das wirklich nicht zu haben. Ganz ganz einfach, wir erhitzen hier vorne ein klein bisschen Milch. Da geben wir zu Butter, wir geben dazu Vanillezucker und hier vorne ein klein bisschen Hefe. So und in der Zeit wo das hier am Erwärmen ist, es soll wirklich nur erwärmen, es darf auf gar keinen Fall kochen, gebe ich jetzt hier schon mal in unsere Schüssel von der Küchenmaschine. Wir brauchen Mehl, ein klein bisschen Salz müsst ihr mit dazu geben und einmal Abrieb von der Orange und einmal Abrieb von der Zitrone. Was da immer wichtig ist, auch wenn ihr Bio-Qualität kauft, was dabei natürlich wirklich von Vorteil ist, geht her und wascht die einmal richtig schön heiß ab, weil außenrum auch bei der Bio-Qualität sind Wachse und die wollen wir natürlich nicht in unserem Essen drin haben. Deshalb, ich habe es vorhin einmal unter richtig heißem Wasser kurz abgewaschen. So, Orangenabrieb und das gleiche hier mit der Zitrone. Einmal Zitronenabrieb und das war's schon. So, was wir jetzt machen, ist hier unsere erwärmte Milch mit Hefe, Zucker und der Butter, die gebe ich jetzt hier einfach nur so mit dazu. Wichtig ist, kratzt das aus, weil der Zucker sich natürlich unten am Topfboden immer absetzt. So, und das kommt jetzt in die Küchenmaschine, wird circa fünf Minuten durchgeknetet und dann lasst ihr den Hefeteig einfach mit einem Tuch abgebildet, abgedeckt, 30 Minuten lang gehen. So, nach 30 Minuten sieht so der gegangene Hefeteig aus. Den hole ich raus und dann mache ich es immer einfach. Ich schneide mir drei gleichmäßige Stücke. So, den forme ich erstmal zu einem Bällchen und dann fangt er an, den zu einer langen, wie so eine lange Schlange einmal hier so zu rollen. So, jetzt legt ihr hier die drei Rollen einfach so nebeneinander und fangt im Grunde an. Von einer Seite aus schlagt ihr es über und dann müsst ihr immer wieder so das Ganze in die Mitte zusammenbringen. Und das bis ganz hinten. Und dann kommt der einzige Trick, den ihr braucht. Ihr haltet es hier einmal fest und dann müsst ihr einmal so wenden. So, gleiches Spiel auf der anderen Seite. So, ganz einfach und ganz schnell. Das Ganze kommt aufs Backpapier drauf. Das dreht ihr einmal zu einer Runde so zusammen. So, dann habe ich zum einen hier ein bisschen Vollei. Das verquirlt ihr miteinander. Gebt das hier einmal oben auf unseren Hefezopf drauf, weil der dann nämlich einen richtig schönen Glanz beim Backen bekommt. So, und ihr seht, ich habe hier noch ein paar bunte Eier. Da könnt ihr dann gerne noch zwei, drei Eier hier so in die Mitte reinsetzen. So, und so kommt jetzt unser Hefezopf bei 200 Grad Ober-Unterhitze circa für 20 Minuten in den Ofen. Und mein Energiespartipp, heizt den Ofen nicht zu lange vor. Es reichen fünf Minuten. So, 20 Minuten später sieht so unser Hefezopf aus. Die Rezepte dafür findet ihr in der Infobox. Und jetzt bleibt von meiner Seite aus nur zu sagen, von dem gesamten Team der Stadtwerke Bonn und natürlich von mir frohe Ostern.